Da stehst du einmal von deiner Couch auf und triffst einige deiner 82 Fans zufällig im Kentucky Fried Chicken und dann freuen die sich auch noch und machen Fotos mit euch? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit denn bitte? Ist ja der Hammer, Mann. So und jetzt mal abgesehen davon, dass sich wirklich jemand freut, wenn er dich trottel sieht. Wer hat denn so viel Glück? Wäre ich, du, würde ich Lotto spielen. Schau mal einer an, mein dritter Gegner kann den Takt treffen. Das Tempo des Turniers erinnert mich an Nacktschnecken. Der nächste Gegner ist ein endlich mal nicht endlos Kacke und der übernächste Gegner hat dann eine Endenmaske? Du hast prophezeit, dein Weg soll ganz nach oben gehen, doch ich geb dir ein Rat. Lös vorher dein Alkoholproblem. Alter, du stehst Whiskyflaschen in Vitrinen aus. Bist du in der Pubertät? Du siehst doch gar nicht, wie sieht's hinaus. Und dein Gegner soll da sehen, wie ihn das Zebra zerlegt. Welches Zebra, Mann? Die Presswurst, da hat jeder gesehen. Nein, du bist gar nicht fett, aber dieses geile Triko in XS. Manche gilt im zauberhaften Bauchansatz. Hätt ich so eine Plauze, würd ich rauchen, Mann. Also Knie nieder, wenn ich Lieder mache. Überschuss an Biomasse. Ein gutes Versprech, nur so hoch wie es muss. Du hast gewusst, in Runde 3 ist für dich sowieso Schluss. Und noch bevor ich mit der Wimper zuke sitze ich in der Zwischenrunde, weil ich diesen Dämm einfach zerteile wie ne Inselgruppe. Ein gutes Versprech, nur so hoch wie es muss. Du hast gewusst, in Runde 3 ist für dich sowieso Schluss. Du hast von V-Support-Intelligenz, was habt ihr euch denn da gedacht? In jedem eurer Namen steckt anscheinend dein Kontrast. Und dieser Kontrast bildet minutenlange Double-Times, in dem er bedeutungslose Phrasen an einander reiht. Ja, er schreibt seit Tagen und hat keine Zeit zum Atmen. Er plant 60 Sekunden Luft für zwei Minuten Part ein. Ich frage mich, wieso sagt dir bis heute denn kein anderer Mensch, dass du kein krasser Twitter bist? Das klingt einfach nur angestrengt. Deine Crew-Kollegen sind wie Brüder für dich. Ist du doof, dass dieser Juta-Vote echt trügerisch ist? Denn du hast zwei Stimmen abgesagt. Du überkrasser Baust. Mann, wie groß ist deine Crew nochmal? Das geht doch gar nicht auf. Aber bei Video-Effekten hast du Blut geläst. Was hast du da gemacht, Mann? Ist das der Passe-Bartout-Effekt? Du gehst auf deine Gegner ein? Dann fällt dir sicher auf. Die so siehst du aber aus, Line. Die las ich diesmal raus. Warum Video-Effekte, wenn man nicht synchronisieren kann? Gegenfrage. Warum es aussprechen, wenn man's nicht artikulieren kann? Ein gutes Versprech nur so hoch wie es muss. Du hast gewusst, in Runde 3 ist für dich sowieso Schluss. Und noch bevor ich mit der Wimper zuke sitze ich in der Zwischenrunde. War ich diesen Dab einfach der Zeile wie ne Inselgruppe. Ein gutes Versprech nur so hoch wie es muss. Du hast gewusst, in Runde 3 ist für dich sowieso Schluss. Und wieso Pot-Intelligenz? Was habt ihr euch denn da gedacht? In jedem eurer Namen steckt anscheinend ein Kontrast. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.